Hello again! Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Von allen wertvollen Rohstoffen dieser Welt ist die Ressource Zeit am demokratischsten verteilt. Jeder von uns kann pro Tag über 24 Stunden verfügen. Damit befinden wir uns in bester Gesellschaft, denn das ist auch genau die Menge an Stunden und Minuten, die Menschen wie Albert Einstein, Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Gottlieb Daimler, Paul McCartney, Bill Gates oder Mark Zuckerberg zur Verfügung standen oder stehen. Die für uns persönlich interessante Frage ist, wie wir mit unserer Zeit im Vergleich zu diesen eben genannten Personen umgehen. Von welchen Kriterien lassen wir uns dabei leiden? Tun wir regelmäßig das, was uns unseren Zielen näher bringt? Oder folgen wir dem modernen Credo mancher Zeitgenossen und tun nur das, was uns Spaß macht? Sollte Letzteres deckungsgleich sein mit den zum Ziel führenden Aktivitäten, dürfen wir uns überaus glücklich schätzen und das exklusive Gefühl genießen, einer sehr erfolgreichen und glücklichen Minderheit anzugehören. Sehr häufig besteht Spaß allerdings aus Vergnügungen, die nur auf uns und unseren Gemütszustand wirken. Also eine sehr egoistische Perspektive. Und diese Wirkung hält selten lange an. Weiter bringen uns da schon die Handlungen, die auf andere wirken, die anderen helfen. Denn Erfolg im Leben entsteht immer nur in Bezug auf andere. Niemand kann für sich alleine erfolgreich sein. Der Musiker spielt, um andere zu erfreuen. Der Dichter schreibt für seine Leser. Der Programmierer entwickelt für seine Anwender. Und der Verkäufer arbeitet für seine Interessenten, seine Kunden und sein Unternehmen. Unser Erfolg wird durch den Wert bestimmt, den unsere Arbeit für andere hat. Und die Zahl derer, die unsere Leistungen nutzen. Je mehr Zeit wir also damit verbringen, möglichst vielen Menschen unserer Zielgruppe Nutzen zu bieten, desto größer unser eigener Erfolg, desto schneller erreichen wir unsere persönlichen Ziele. Was bedeutet das für unsere tägliche Arbeit? Unser Erfolg hängt also von der Anzahl an Personen ab, die wir mit unseren Produkten, unseren Dienstleistungen oder unserer Arbeit erreichen. Pro Woche stehen uns allen dafür 168 Stunden zur Verfügung. Stellen Sie sich bitte jetzt eine Frage. Wie viel Zeit verwenden Sie auf Tätigkeiten, die Ihrer Zielgruppe helfen, Ihre Ziele zu erreichen, Ihre Arbeit besser zu erledigen, Ihre Probleme zu lösen oder einfach mehr Freude im Leben zu erleben? Und wie viel Zeit verbringen Sie mit Angelegenheiten, die nichts damit zu tun haben? Seien Sie mutig, nehmen Sie Ihren Kalender zur Hand und zählen Sie die Stunden, die Sie in den letzten zehn Wochen für die geschilderten Aktivitäten eingesetzt haben. Erinnern Sie sich nun an die Zeiten Ihrer größten Erfolge in der Vergangenheit und stellen Sie sich für diesen Zeitraum genau dieselbe Frage wie gerade eben. Sie werden interessante Erkenntnisse gewinnen, versprochen. Sollten Sie feststellen, dass Sie Ihre meiste Zeit bisher für Alibi-Tätigkeiten einsetzten oder gar für Aktivitäten, die nichts mit Ihrem Vorankommen zu tun hatten, dann ist jetzt der Moment für eine kritische Situationsanalyse gekommen. Wenden Sie vielleicht Vermeidungsstrategien an? Wenn Sie die notwendigen Aufgaben nicht erledigen wollen, weil sie Ihnen unangenehm sind, dann prüfen Sie bitte, ob Ihr Ziel noch stark genug ist, diese Aversion zu überwinden. Oder Sie ändern Ihr Bewertungssystem. Setzen Sie sich ein neues, attraktiveres Ziel oder prüfen Sie, ob das, was Ihnen so unangenehm ist, wirklich so schlimm ist. Ob wir etwas mögen oder nicht, ist doch auch bloß eine Meinung. Nehmen wir unsere Meinungen nicht mehr so wichtig und sowohl Arbeit als auch das Leben werden leichter. Machen Sie das Beste aus Ihren 168 Stunden pro Woche. Alles Gute!